hey leute herzlich willkommen zum neuen video und zwar ist das video das ich heute gedreht habe mit rc freak zusammen entstanden er hat nebenbei an dem team c t8 gebastelt ich habe den firestar hier parat gemacht von really und ich habe das einfach durchgehend ein bisschen gefilmt ich habe jetzt auch gleich das video für rc freak ch geschnitten aber ihr werdet das alles auf seinem kanal sehen auf meinem kanal werdet ihr wahrscheinlich nur eine kurzfassung davon sehen oder einfach nichts großes oder nur ein anderes intro oder irgendwas auf jeden fall wünsche ich und rc freak ch viel spaß beim schauen des videos und dann würde ich sagen bedanken wir uns fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss leute bis zum nächsten mal Ja. Ich habe die beste Ebene gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020